Die Mitte Europas im Wandel der Zeit. Ein Land, das lange braucht, um eins zu werden. Menschen, die sich erst im Laufe der Jahrhunderte als deutsch verstehen. Wer sind wir? Woher kommen wir? Fragen an die Geschichte der Deutschen. Für die Revolution! Für die Demokratie! Für die Republik! Er ist ein Wanderer zwischen den Welten und Kulturen. Ein Wissenschaftler und ein Poet. Als Kaiser will er das Heilige Land für die Christenheit zurückgewinnen. Doch der Papst sieht ihn als Teufel in Menschengestalt und will ihn vernichten. Friedrich II. Für viele der wohl größte Kaiser des Mittelalters. Die Küste des Heiligen Landes im September 1228. Kreuzfahrer aus Europa landen bei der Hafenstadt Akon. Der letzten Bastion, die den Christen noch geblieben ist. An ihrer Spitze Friedrich II. König der Deutschen und Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. Der Staufer steht vor dem Tor zum Heiligen Land. Endlich! Hamid! Wir haben es geschafft! Was kann es Größeres für einen Christen geben, als den Fuß auf diesen heiligen Boden zu setzen? Aber es ist auch unser heiliges Land. Akon ist noch nicht das Ziel. Friedrich will nach Jerusalem. Das seit Jahrzehnten wieder unter muslimischer Kontrolle steht. Das Heilige Römische Reich, zu dem auch die deutschen Lande zählen, um das Jahr 1200. Im Südwesten herrscht das schwäbische Adelsgeschlecht der Staufer. Seit vier Generationen regieren sie als Könige und Kaiser. Der legendäre Großvater Friedrichs II. trug den Beinamen Barbarossa. Von ihm erbt der Enkel den Anspruch auf die deutsche Königskrone. Von der Mutter das Königreich Sizilien, in dessen Hauptstadt Palermo er heranwächst. Nun will er im Heiligen Land eine Mission erfüllen. Heiliger Georg, für deinen Glauben hast du den Märtyrer-Tod erlitten. Halte dein schützendes Schwert jetzt auch über uns. Erobert er Jerusalem, würde Friedrich vor aller Welt als rechtmäßiger und gottgewollter Herrscher bestätigt. Doch weil der Kaiser sich zu lange Zeit ließ, hat der Papst den Kirchenbann über ihn verhängt. Heiliger Vater, Kaiser Friedrich ist endlich im Heiligen Land angekommen. Ihr solltet ihn vom Bann lösen. Nein, er hat so lange gewartet. Er ist gebannt und bleibt gebannt. Mit Gott, Männer! Lasst uns ziehen und siegen! Eine absurde Situation. Der Mann, der die heiligsten Städten des Christentums befreien will, ist selber aus der Kirche ausgestoßen. Der Kaiser will doch Jerusalem von den Ungläubigen befreien. Und werden die Kreuzritter vom Orden der Templer und der Johanniter ihm folgen? Man weiß es nicht. Ohne ihre Hilfe ist er verloren. Was der Papst nicht weiß, Friedrich II. hat längst Kontakt mit den Muslimen aufgenommen. In Geheimverhandlungen mit ihren Machthabern. Er hofft, Jerusalem ohne Blutvergießen zurückgewinnen zu können. Doch er erlebt eine böse Überraschung. Der Emir erwartet uns. Herr Mid, was soll das? Was hat das zu bedeuten? Immer wieder rangen Christen und Muslime um die Vormacht im Heiligen Land. Im 7. Jahrhundert hatten die Nachfolger Mohammeds Jerusalem dem Christentum entrissen. Beim ersten Kreuzzug Ende des 11. Jahrhunderts eroberten europäische Ritter die Stadt zurück. Für die Christen befindet sich hier die Grabeskirche. Am Schauplatz des Todes und der Auferstehung Jesu. Doch auch die Muslime haben hier ein Heiligtum, den Felsendom. Von dieser Stelle aus sei Mohammed zu seiner Reise in den Himmel aufgestiegen. Und für die Juden ist Jerusalem seit jeher das Zentrum ihres Glaubens. Wenn der Emir nicht verhandelt, ziehen wir in die Schlacht. Überschätzt unsere Kräfte nicht. Die reichen allemal. Wir belagern sie, bis sie vor Hunger aufgeben. Friedrich hatte insgeheim auf eine friedliche Lösung gehofft. Die Muslime hatten ihm sogar die kampflose Übergabe der Stadt in Aussicht gestellt. Jetzt seht ihr, was sie wollen. Emir will nicht mit uns reden. Friedrich hat alles auf eine Karte gesetzt. Doch er scheint sich verschätzt zu haben. Er will nicht mehr verhandeln. Damit steht seine eigene Zukunft auf dem Spiel. Der Staufer weiß, sein Kaisertum ist am Ende, wenn er Jerusalem nicht befreit. Und selbst das Land seiner Herkunft würde ihm streitig gemacht. Sein Königreich Sizilien. Die Hauptstadt Palermo war damals eine der größten Metropolen Europas. Hier wuchs Friedrich als Thronfolger heran. Durch die Ehe seines Vaters mit Prinzessin Constanze von Sizilien wurden die Staufer auch Herren über das südliche Italien. Damals ein Schmelztiegel der Kulturen. Die Kapelle des Palastes. Ein Weltwunder des Mittelalters. Die Stile, die sich hier vereinen, sind Ausdruck einer Vielfalt, die auch den heranwachsenden Friedrich beeindruckt und prägt. Von vier Kulturen umgeben wächst er auf. Griechisch, Sizilianisch, Arabisch. Und über allem schwebt das Wappentier der deutschen Staufer. Schon sein Großvater, Friedrich Barbarossa, hatte dem Adler zu neuem Glanz verholfen. Unter Friedrich II. dann wurde dieses Symbol allgegenwärtig, das Symbol der römischen Kaiser. Diese Identifikation Friedrichs II. mit diesem Adlersymbol muss enorm gewesen sein. Schon die Zeitgenossen nannten seine Familie Genus Aquile, das Geschlecht des Adlers. Friedrichs Vater Heinrich hat das Heilige Römische Reich nach Süden erweitert und damit ein Imperium geschaffen, das von der Nordsee bis zum Mittelmeer reicht. Doch nördlich der Alpen herrschen neben den Staufern noch andere mächtige Adelsgeschlechter, die auf ihre Eigenständigkeit pochen. Im Jahr 1212 überquert Friedrich die Alpen, um sein deutsches Erbe anzutreten. Er will von den Fürsten des Reiches offiziell als König anerkannt werden. Kalt wie auf dem Ätna. Und was erwartet mich da? Ihre Sommer sind wie die sizilianischen Winter. Und die Weiber? Wie das Eis auf dem Ätna, das in deinen Händen schmilzt. Na dann, voran! Die Heimat seines Vaters Heinrich und seines Großvaters Barbarossa sieht Friedrich zum ersten Mal. Acht Millionen Menschen leben um 1200 in deutschen Landen. Hier residieren mächtige Fürsten in mächtigen Palästen. Auch in der Zeit der Staufer nutzen sie jede Gelegenheit, die sich bietet, um die eigene Stellung im Reich auszubauen. Das Reich nördlich der Alpen hat gegenüber der Mittelmeerwelt kulturell aufgeholt. Es ist ein Land mit verfeinerter, höfischer Kultur. Das Rittertum erlebt im 13. Jahrhundert seine Blüte. Die adeligen Männer sind dem König Gefolgschaft schuldig. Aber Friedrich will sie auch für sich gewinnen. Später einmal wird er diese Ritter brauchen. Beim Kreuzzug ins Heilige Land. Werden ihm die Mächtigen des Reiches den Respekt zollen, den er für sich beansprucht? Auf dem Hoftag zu Frankfurt will Friedrich als König durch einen Wahlakt bestätigt werden. Zwei Welten treffen aufeinander. Ist das ein Affe in Gefolge? Affen und Ungläubige, mit welchen Gestalten umgibt sich dieser Mensch? Man sagt, er ist in Wirklichkeit der Sohn eines Metzgers. Und so einer will König werden. Wollen wir hoffen, dass seine Wahl zum Wohl des Volkes beiträgt. Und dem seiner Fürsten. Für deren Zustimmung hat Friedrich gesorgt. Er hat sie in ihren Privilegien bestätigt. Ich frage euch im Namen des Herrn. Wer soll künftig unser König sein? Friedrich der Staufer. Friedrich. Friedrich, Sohn unseres Kaisers Heinrich und Enkel von Friedrich Barbarossa. Es gibt einige Fürsten, die den Anspruch für sich erheben, unverzichtbar zu sein. Dazu gehören die Erstbischöfe von Mainz, Köln und Trier. Und diesen Fürsten verdankt Friedrich II. schließlich sein Königtum. Und sie sollten ihn noch häufig daran erinnern. Friedrich, Sohn unseres geliebten Kaisers Heinrich. Du bist zum König gewählt. Und den Thron Kaiser Karl sollst du in Aachen besteigen. Nur wer in der Kapelle der einstigen Kaiserpfalz von Karl dem Großen seinen Thron besteigt, gilt in dieser Zeit als rechtmäßiger Herrscher im Reich. Für die Gebeine des großen Vorbildes lässt Friedrich einen kostbaren Schrein fertigen, der noch heute im Aachener Dom zu sehen ist. Der König selbst ergriff den Hammer und schlug vor aller Augen den letzten Nagel ein. So berichtet es der Kronist Rainer von Lüttich. Nach der Krönung überrascht Friedrich die Fürsten mit einem Gelübnis. Als Verteidiger der Kirche und des Glaubens bekleiden wir uns mit dem Zeichen des Kreuzes und geloben feierlich die Befreiung des Heiligen Landes. Damit unterstreicht Friedrich auch seinen Anspruch, Herrscher und Beschützer der Christenheit zu sein. Und er knüpft an einer Tradition an. 1095 hatte Papst Urban II. zum ersten Kreuzzug aufgerufen. Jerusalem ist in den Händen des Teufels. Die Muslime haben es, uns entrissen. Wenn Friedrich auch Kaiser der Christenheit werden will, muss er sein Versprechen einlösen. Gott hat uns außer Korn, dem Muslimen das Grab Christi zu entreißen. Schon bald wollen wir übersetzen. Ah, er will also auch die Kaiserkrone. Aber ohne Kreuzzug kreult in der Papstlecht. So ist es. Unerreicht in seinem Kampf gegen die Ungläubigen. Amen. Das war ein cleverer Schachzug. Ich sehe mich in der Tradition meiner staufischen Vorfahren, die alle Kreuzfahrer waren. Es ist eine kaiserliche Aufgabe, einen Kreuzzug anzuführen. Und auch ich melde hiermit meinen Anspruch an, Kreuzzugsanführer zu sein. Das ist ein durchaus politischer, tiefpolitischer Akt. Nicht einmal zehn Jahre wird Friedrich II. auf deutschem Boden verbringen. Der König! Doch viele verehren den Sizilianer mit schwäbischen Wurzeln. Bewundern den Fremden im eigenen Land, der wie frühere deutsche Könige von Pfalz zu Pfalz zieht, ohne festen Herrschersitz. Der größte und schönste Bau erhebt sich über Wimpfen am Neckar. Mit prächtigen Säulen und Arkadenfenstern entsprach vor allem diese Pfalz den Vorlieben des Monarchen aus dem Süden. Der hier auch Zeit zur Muße fand. Ein König, der mehrere Sprachen spricht. Auch Griechisch und Arabisch. Der selber dichtet oder dichten lässt. Jetzt aber, Herr Walter von der Vogelweide. Der war nicht nur berühmter Sänger und Poet, sondern sang auch manches Loblied auf seinen König. Ich saß auf einem Steine und dachte, Bein mit Beine. Da uf satzt ich den Ellenbogen. Ich hätte in meine Hand gesmogen. Das Kinn und ein Min Wange. Dort dachte ich mir, viel lange, wie er man zerwärte, sollte leben. Das historische Bildnis des Walter von der Vogelweide. Die Minnelieder handeln von Ehre und Hingabe, von schönen Jungfrauen und edlen Damen. Der Ritter ist der Inbegriff von Tapferkeit und Edelmut. Es ist der Stand, der das Bild dieser Zeit bis heute prägt. Unvergleichlich in den Miniaturen der weltberühmten mannessischen Handschrift. Friedrich II. umgab sich mit einem erlesenen Literatenkreis. Berühmte Dichter wetteiferten an seinem Hof und die Besten wurden von ihm belohnt. Auch wenn Deutsch nicht seine Muttersprache war, Friedrich verstand es und sprach es. Dir wollte ich gern in einen schrien, ich erleide dessen mag nicht gesehen, dass Gurt und weltlich Ehre und Gottes Hulde mehre zusammen in ein Herze kommen. Ich bin die, du bist mein. Ist das auch von ihm? Vielleicht ist es ja von mir. Ja, vielleicht. Von Friedrich wird überliefert, dass er sich nicht zuletzt auch auf die hohe Liebeskunst verstand. Die Kunst mit Poesie zu verführen. Beni, beni, venias. Amore. Da dacce lo mio cuore. Hast du eine Ahnung, was das schaum? Hey. Warte. Hörst du was? Du weißt doch, wie er es treibt. Erst die Verse und Gedichte und dann geht es den Mädchen an die Wäsche. Lichtest du mir auch was Schönes? Nur zu gerne. Die hohe Minne, treue und keusche Bewunderung edler Frauen überließ Friedrich der Dichtung. Er selbst liebte weniger zurückhaltend. Das Königsbett teilte der schwäbische Sizilianer mit drei Ehefrauen. Mit acht weiteren Damen des Adels pflegte er den außerehelichen Umgang. Staunen können die Deutschen nicht nur über Friedrichs Dichtkünste, sondern auch über sein Liebesleben. Der Stau verzeugte wohl mehr als ein Dutzend ohnehelicher Kinder. Die meisten sind uns namentlich bekannt. Die Mütter nicht alle. Seine erste Frau Konstanze hat er wohl ganz besonders geliebt. Aber auch die schöne Bianca Lantzscher, eine Adelige aus Ostsizilien, muss ihn tief beeindruckt haben. Hinzu kamen viele andere Frauen nacheinander und nebeneinander. Doch sind seine Tage im Reich der Deutschen gezählt. Friedrich zieht es nach Süden. Er will Kaiser des Heiligen Römischen Reiches werden, wie schon sein Vater. Doch dafür muss er nach Rom gehen, um sich dort vom Papst krönen zu lassen. Friedrich II. steht damit in der langen Tradition der deutschen Könige und Kaiser, seit Otto dem Großen. Der Papst bestätigt ihm, von Gott berufen zu sein. Dafür verpflichtet sich der Kaiser zum Schutz der Kirche und der Christenheit. Nach der Krönung fordert der Papst ihn auf, sein Versprechen einzulösen und auf einen Kreuzzug nach Jerusalem zu ziehen. Friedrich, es ist Zeit, Jerusalem aus den Händen der Ungläubigen zu befreien. Ich werde fahren, sobald die Angelegenheiten des Reiches geordnet sind. Ich und die Kirche haben ihren Teil getan. Es ist jetzt an dir, den deinen zu tun. Ich werde euch meine Entschlüsse rechtzeitig wissen lassen. Doch Friedrich findet immer wieder einen Vorwand, um den Kreuzzug hinaus zu zögern. Dreimal wird er den Aufbruch verschieben. Statt ins Heilige Land zieht es ihn in seine Heimat. Nach langer Abwesenheit will er in Apulien, Kalabrien und Sizilien die Macht neu ordnen. Und sein Königreich zu neuer Blüte führen. Der Kaiser, der die deutsche und romanische Welt in sich vereint, ist auch aufgeschlossen für die arabische Kultur. Muslimische Gelehrte gehören zu seinen engsten Vertrauten. Mit ihnen teilt er eine Leidenschaft, die Falkenjagd. Über jedes Maß ergötzte er sich an den Falken, schrieb ein Chronist über Friedrich. Sie sollen sein ganzer Trost gewesen sein. Die menschenscheuen Greifvögel werden abgerichtet, Kraniche, Reier oder Hasen in freier Wildbahn zu schlagen. Jedem seiner Falken gibt er einen Namen. Einer von ihnen heißt Saxo, der Sachse. Für Friedrich wird die Leidenschaft zur Wissenschaft. 30 Jahre lang beobachtet er die Raubvögel bei der Brutpflege, im Flug und beim Beutefang. Er verfasst ein bis heute unübertroffenes Werk zur Kunst mit Vögeln zu jagen. Auf Latein der Arte venandi cum avibus. Erst in der Moderne entdeckte man die enorme wissenschaftliche Leistung, die in Friedrichs Falkenbuch steckt. Das Falkenbuch Friedrichs II. zeigt uns, wie sehr der Staufer vom Geist seiner Zeit erfasst war, die Dinge wissenschaftlich zu ergründen, gewissermaßen empirisch den Dingen auf den Grund zu gehen, sie systematisch zu erfassen und damit eine neue Stufe der Erkenntnis von Natur und Umwelt zu erreichen. Doch während sich Friedrich als Naturforscher profiliert, holt ihn sein Versprechen ein, das er vor zwölf Jahren gab. Zuletzt hat einer Krankheit seinen Kreuzzug nach Jerusalem verhindert. Der Papst ist das Warten leid. Er war schon immer ein Sünder und zu seinen alten Sünden häuft er ständig neue. Er hat die Hoffnung der Gläubigen und die der Kirche bitter getäuscht. Er hat uns verraten und das Heilige Land im Stich gelassen. Er ist seiner Frevel halber von Gott verworfen. Und auch wir sprechen hier mit den Bann über ihn. Obwohl ihn der Papst gebannt und aus der Christenheit verstoßen hat, entschließt sich der Staufer, sein Versprechen ins Heilige Land zu ziehen, um jeden Preis einzulösen. 800 Ritter und 3000 Fußsoldaten begleiten Friedrich. Doch genügt diese Streitmacht, um Jerusalem zu erobern? Friedrich ist auf die Hilfe der mächtigen Ritterorden angewiesen, die im Heiligen Land schon seit Jahrzehnten die Stellung halten. Die französischen Templer und Johanniter und der deutsche Orden. Nur auf ihn kann Friedrich jetzt schon zählen. Mein Kaiser, der deutsche Orden steht hinter euch. Aber die Templer und Johanniter sind Männer des Papstes. Ich fürchte, ihr werdet sie zur Gefolgschaft zwingen müssen. Ich kann sie nicht zwingen. Ich werde sie überzeugen müssen. Ihr habt sicher recht. Ihr wartet hier! Ihr werdet sehr besorgt. Das bin ich auch. Der Konflikt zwischen Kaiser und Papst wird nun auch im Heiligen Land ausgefochten. Dort, wo sich die christlichen Ritter in gewaltigen Festungen verschanzen. Nur hinter solchen bis zu acht Meter starken Mauern gibt es Sicherheit. Hier muss der gebannte Staufer nun auch um die Gunst der Ritterorden werben, die eher dem Geistlichen als dem weltlichen Oberhaupt zuneigen. Lasst uns beginnen. Wir alle schulden dem Papst gehorsam. Auch ihr. So ist es. Ihr hättet das Heilige Land niemals betreten dürfen. Den Segen des Papstes brauche ich nicht. Ich bin hier im Namen Gottes und der Christenheit. Ihr macht euch an, im Namen des Allmächtigen zu sprechen? Der Heilige Vater ist Gottes Stellvertreter. Nur er spricht im Namen Gottes. Aber mir, dem Kaiser, seid ihr Gefolgschaft schuldig. Wollt ihr Jerusalem aus den Händen der Ungläubigen befreien? Oder wollt ihr es nicht? Das Heilige Land mit einem Heerführer befreien, den der Papst gebannt hat? Ist das euer Ernst? Ich sage es nochmal. Ihr hättet das Heilige Land niemals betreten dürfen. Glaubt ihr etwa, der Papst schickt euch einen anderen Heerführer, einen neuen Kaiser womöglich? Kommt endlich zur Vernunft! Auch wenn ihr noch so laut schreit! Ihr habt uns gar nichts mehr zu befehlen! Genug! Verdammt nochmal, dann ziehen wir eben ohne sie! Aber der Emir wird erfahren, dass ihr nicht alle auf eurer Seite habt. Der Bann des Papstes zeigt Wirkung. Die Christen im Heiligen Land sind gespalten. Der eigenmächtige Storfer steht vor dem Scheitern. Friedrich weiß, wenn er aufgibt, steht sein Kaisertum auf dem Spiel. Wenn er aber Jerusalem angreift, dann droht ein Kampf, dessen Ausgang nicht abzusehen ist. Aber muss überhaupt Blut fließen, damit Christen ungehindert in Jerusalem beten können? Herr Mied, mein Freund. As-salamu alaykum. Aleikumussalam. Du musst etwas für mich tun. Du musst unbedingt mit dem Sultan reden. Er scheut den Krieg nicht, aber es verlangt ihn auch nicht danach. Was soll ich machen? Ihr müsst ihm entgegenkommen. Lass den Sultan von mir wissen, dass es kein Blutvergießen geben muss. Inschallah, mein Freund. So Gott will. Inschallah. Zunächst hatte der Sultan Al-Kamil Gespräche verweigert. Nach langem Zögern ist er nun zu Verhandlungen bereit und schickt seinen Vertrauten Emir Faradin. Bringen wir es zu Ende. Jaffa, Bethlehem und ganz Jerusalem für die Christenheit. Aber der Tempelberg, die Moschee, freier Zugang für Muslime? Freier Zugang für Muslime und Juden und Christen. Mit welchen Waffen kämpft dieser Mensch? Und die Gefangenen? Die tauschen wir aus. Und zehn Jahre Waffenstillstand. Nein. Nein. Zehn Jahre, fünf Monate und 40 Tage. Wie es der muslimische Kalender erfordert. Gott, mein Lieber. Das wird deinem Papst nicht gefallen. Es wird den Pegern gefallen. Und der Christenheit. Der Wanderer zwischen den Welten hat das scheinbar Unmögliche möglich. Ein Kreuzzug ohne Blut vergießen. Ihr seid gekommen, um am Grab Christi für euer Seelenhalt zu beten. Geht. Jerusalem ist unser! Es war nur ein Sieg im Schach auf dem Spielbrett. Aber trotz alledem ein Sieg. Interessant ist es an der früdiezianischen Verhandlungsführung, dass er sich eigentlich wie ein Orientale benimmt. Er schickt hochrangige Gesandte. Man tauscht hochrangige Geschenke aus, die sozusagen den Respekt voreinander deutlich dokumentieren. Und man redet über Naturwissenschaften und verschiedene andere Dinge, möglicherweise über die Familie. So wie man es heute auch auf einem orientalischen Bazar erleben kann. Wichtig ist nur, das Gespräch nicht abbrechen zu lassen. Und irgendwann ist die Zeit reif für den erfolgreichen Geschäftsabschluss. Und das ist das, was Friedrich so erfolgreich mit dem Sultan praktiziert hat. Ein Zug in die heilige Stadt. Die Scharfmacher in der muslimischen und der christlichen Welt sind empört über das Entgegenkommen auf dem bis dahin so heftig umkämpften Boden. Mit Palmwedeln und Weihwasser, nicht mit Feuer und Schwert wie 130 Jahre zuvor, ziehen die Kreuzritter ein. In der Grabeskirche Jesu wird sich Friedrich selbst die Krone des Königreichs Jerusalem aufsetzen. Heiliger Georg, danke. Jerusalem ist unser! Gott und der Kaiser haben befreit ein Grab. Das ist aller Christen Trost. Schreibt damals ein Dichter. Dennoch wird der Papst den Befreier Jerusalems nicht vom Bann lösen. Friedrich kehrt noch einmal nach Deutschland zurück. Doch nur für zwei Jahre. Dann wird er ein für allemal in seinem Königreich Sizilien bleiben. Im Land seiner Mutter. Dort kann er schalten und walten wie ein absoluter Monarch. Ist selbst souverän und Gesetzgeber. Ganz anders als im Reich der Deutschen, wo Friedrich sich mit den weltlichen und geistlichen Fürsten arrangieren muss. Und ihnen letztlich freie Hand lässt. Im Königreich Sizilien setzt er Recht, dass bis ins 19. Jahrhundert gültig bleiben wird. Legendär sind seine Bauten, die er, Manu Propria, wie es heißt, mit eigener Hand entworfen habe. Darunter das weltberühmte Castel del Monte in Apulien. Symbolisiert dieses legendäre Bauwerk die achteckige Krone des Heiligen Römischen Reiches, die er trägt? Oder ist es ein Hinweis auf das himmlische Jerusalem, das in den Vorstellungen seiner Zeit von einer achteckigen Mauer umgeben wird? Für viele ist dieses Wunderwerk ein Rätsel aus Stein. Für Friedrich soll Wissenschaft keine Grenzen kennen. Die arabische Welt hat damals nicht nur in der Astrologie einen bedeutenden Vorsprung. Auch in der Physik, der Mathematik und der Medizin. An seinem Hof versammelt der Kaiser Gelehrte aus aller Herren Länder. Es wird geforscht, experimentiert und niedergeschrieben. So entsteht eine einzigartige Sammlung von überliefertem Wissen des Orients und des Okzidents. Auch der menschliche Körper wird Gegenstand der Forschung. Eigentlich ein Tabubruch für einen christlichen Kaiser. Was glaubt ihr, was das ist? Liebe bewegt das Herz. Amore tatace do meu cuore. Die Liebe ist nebensächlich. Für uns Ärzte erhitzt das Blut das Herz, nicht die Liebe. Und was ist mit der Seele? Verlässt sie wirklich den Körper des Toten? Steigt sie danach zum Himmel auf? Glaubt ihr wirklich, sie ist unsterblich? Für Ibn Sabin, den sie bei euch den Ungläubigen nennen, steht das außer Frage. Sind Wissenschaft und Glaube miteinander vereinbar? Diese Frage bewegt damals fortschrittliche Christen und Muslime. Noch eine Frage. Was meint Mohammed, wenn er sagt, das Herz des Gläubigen ruht zwischen den Fingern des barmherzigen Gottes? Für den Propheten vereint das Herz Glaube und Vernunft. Und beides liegt in den Händen unseres Gottes Allah. Ihr aber wollt zu viel wissen und erklären. Eure Vernunft lässt euch zu sehr am Glauben zweifeln. Aber auch die Vernunft ist Gott gegeben. Also, lasst uns Gebrauch von ihr machen. Und was sagt Galen über unser Herz? Der große Arzt Galen sagt, nur das Herz des Menschen schlägt vor Angst und Freude. Ich weiß, dass es anders ist, denn ich habe viele Falken in meinen Händen gehalten. Auch ihr Herz pocht vor Angst und Freude. Doch, es ist nicht vom Menschen und nicht vom Schwein. Die Leber nehmen wir vom Kalb. Glaub's mir. Friedrich II. muss man sicher als einen ganz ungewöhnlich interessierten Menschen seiner Zeit ansehen. So, dass man neben all seinen philosophischen und theologischen Interessen sagen muss, man könnte ihn als Begründer der Naturwissenschaften bezeichnen. Eine ganz außergewöhnliche, ungewöhnliche Persönlichkeit, die von den Zeitgenossen nichts unrecht. Bereits als Tupor Mundi, Staunen der Welt, bezeichnet wurde. Der Freigeist Friedrich empört den Papst. Im Juli 1245 erreicht den Kaiser ein Schreiben aus Rom, das alles Bisherige in den Schatten stellt. Federico, eine Liste all deiner Sünden und Verfehlungen. Na dann, lass hören, was man gegen mich vorzubringen hat. Ihn verbindet eine tiefe Freundschaft mit den Fürsten des Sarazenen und dem Sultan von Babylon. Seine liebste Tochter gab er dem byzantinischen Kaiser zur Gemahlin. Er schenkt den Ungläubigen mehr als unsere heiligen Kirche. Er bricht heilige Eide. Den Frieden mit der Kirche tritt er mit Füßen. Dem Papst gefallen die Eunuchen an deinem Hof überhaupt nicht. Naja, er schließt daraus auf einen Harem. Papst Innozenz IV. band Friedrich auf einem Konzil in Lyon und löst die deutschen Fürsten von ihrem Treueid. missachtet zu haben. Und nicht nur das. Daher erklären wir Kraft unseres Amtes Friedrich, den man Kaiser nennt, zum Kirchenverfolger und zum Feind der Christenheit. Ah, und hier, das glaubst du nicht. Das musst du selber lesen. Du bist als Kaiser amt gesetzt. Es sei denn, Hat er nicht Jerusalem für die Christenheit zurückerobert? Was wollte der Papst noch von ihm? Dass er sich unterwirft? Wie einst der Salier König Heinrich IV., der 1077 bei bitterster Kelte nach Canossa ging? Vater! Vater! Vergib mir! Sollte der Papst in der Christenheit über dem Kaiser stehen? Niemals. Friedrich will nicht mehr der Amboss sein. Sondern der Hammer der Welt, wie er sich fortan nennt. Er, der Höchste aller Fürsten, wird sich nicht dem Papst beugen. Der Konflikt zwischen Kaiser und Papst erreicht den historischen Höhepunkt. Innozenz IV. ruft zum Kreuzzug gegen Friedrich auf und schickt eine Streitmacht in die Schlacht. Doch das Heer des Kirchenfürsten unterliegt. Die Anhänger des Papstes gehen in Gefangenschaft. Papst Innozenz IV. rief zum Heiligen Krieg gegen Friedrich II. ja zur Ausrottung des gesamten Storfergeschlechts auf. Aber auch Friedrich II. zeigt sich als ein Mann der Extreme. Seine Gegner wurden reihenweise gefoltert, verstümmelt, hingerichtet. Den Anführer einer aufgedeckten Verschwörung ließ er mit einer päpstlichen Bulle an die Stirn genagelt durch das Land führen. Jeder sollte sehen, wer hinter diesen Aufständen gegen den Kaiser stand. Der Papst nämlich. In seinem letzten Kampf aber unterliegt Friedrich II. Er, der den Leib des Menschen ergründen wollte, stirbt selbst an einer tückischen Krankheit. Die Frage, ob die Seele den Sterbenden verlässt, bewegt ihn bis zuletzt. Das wird einem Papst nicht gefallen. Sein Bischof und engster Vertrauter, Berard von Palermo, erteilt ihm, dem Papst zum Trotz, in der Stunde des Todes die Absolution. Setzt ein Zeichen, dass der Kaiser wieder in den Schoß der heiligen Kirche aufgenommen werden wird. Ich wollte immer... Ich... In das Ordensgewand der Zisterzienser gehüllt, als Christ und nicht als gottloser Freigeist, wie viele ihn sahen, schließt Friedrich am 13. Dezember 1250 für immer die Augen. So fand man den einbalsamierten Leichnam, als sein Sarkophag 1781 geöffnet wurde, mit den Insignien des Kaisers, den Reichsapfel mit Erde aus Jerusalem gefüllt. Bestattet wurde er im Dom zu Palermo, in der Stadt seiner Kindheit und Jugend. Für die Deutschen war Friedrich der Kaiser aus der Ferne. Für die Süditaliener aber ist der Imperatore Federico noch heute ihr liebster Herrscher. Mit dem Tod Friedrichs II. wurde auch die Idee eines Imperiums, das von der Nordsee bis nach Sizilien reicht, endgültig zu Grabe getragen. Nur der Name sollte bleiben, heiliges römisches Reich, so wie der glanzvolle Name der Staufer. Als Dynastie gehen sie unter. Nach einer Volkssage ruhe Friedrich im Ätna, bis er eines Tages als Kaiser wieder auferstehe und in Frieden bringe. Ein Gelehrter schrieb, es starb aber um jene Zeit der größte unter den Fürsten des Erdkreises, das Staunen der Welt und ihr wunderbarer Verwandler. WDR mediagroup WDR mediagroup WDR mediagroup WDR 2021 WDR mediagroup WDR 2021